Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bloodborne mit eurem Mentumori. Jawohl, jetzt habe ich mich fast, äh, meinen Namen falsch ausgesprochen. Egal, YOLO, ne? So, es geht, also hier war ja die Brücke mit dem Riesenstein, aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir das umgehen können. Beziehungsweise bin ich neugierig, was ich hier da oben finde. So, Moment. Kann ich kurz meine SMS checken? Habe ich keine bekommen? Ja, egal, ich will der Allerbestes sein. Keiner vor mir. Ah, die Kulisse ist wirklich geil. Meine Güte, roter Himmel, blutrot. Die laufen da nach vorne, oder was? Was willst du von mir? Komm, jetzt machen wir mal den hier. So, komm her. Yes! Die sind weggelaufen, oder? Die sind gestorben, oder? Sind die gestorben? Das war ja die eine Brücke mit dem Stein, ne? Den hat er da runtergerollt. YOLO-mäßig. Und hat sich gedacht, das merkt keiner. Die sind davongelaufen. Ich weiß aber nicht, ob sie es gepackt haben. Nee, alle tot. Alle tot. Und so wäre es mir wahrscheinlich auch gegangen. Deswegen, zum Glück, ne? Zum Glück, etwas das Köpfchen angestrengt. Und es gibt jetzt nur mehr eine Richtung, und zwar diese. Jawohl, wir haben 4000 Blutechos. Das wäre schade, wenn wir die verlieren. Das heißt, wir müssen etwas vorsichtig umgehen. Hm. Hallo? Ah! Penner! Ah! Komm, Alter! Komm! Perfekt. Ideal. Naja, perfekt ist was anderes. Aber wir bekommen immer genug Heilung, ne? Also kann ich ruhig damit etwas großzügiger umgehen. Denn, ja. Ne? Zeichen des starken Jägers. Ich glaube, mit dem können wir uns zurückparten. Ah, kann man die kaputt machen. So, was erwartet uns da oben? Die Kathedrale vielleicht? Okay, auf jeden Fall ziemlich viel verderben. Und ein Video. Vielleicht ein Boss? Du hast... Ohr. Ich glaube, mit dem ist es yhte. Wir lassen sich das in dennoch ganz. Und dannalım. Das ist ein Ohr. Ihr werdet zu ihnen gehören, früher oder später. Oh, oh. Ich will der Allerbestes sein, wie keiner vor mir... Uh! Waaah, komm! Alter, ich hab ihn falsch erwischt, ne? Waaah, komm, nur mehr einen Schuss. Waaah, komm! Nein! Waaah, komm, Alter, du bist ja nicht normal. Waaah, fuck, Alter, der hat ne geile Waffe. Feuer! Das süße Blut. Oh, er singt für mich. Er hat genug, um einen Mann krank zu machen. Okay, er ist ja schon krank, Alter. Was ist mit dir? Wieso hast du so eine Reichweite? Das ist ja nicht normal hier. Ja, komm, unterbrich meine Heilung. Yolo. So, Solo. Alter, der... Der haut... Raus, das ist ja nicht mehr normal. Ja, hier kommst du nicht durch, ne? Ja, komm. Jetzt schießt er vorbei. Alter, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Das war, das Gesicht zu zeigen, hm? Aber es war eine anständige Jagd. Scheiße. Blattporno. Äh, ja. Ne? Doof. Doof. Ja, das Problem ist halt, es steht immer irgendwo was im Weg, ne? Wo man irgendwie... Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Oder nicht? Ja? Ja? Eine Dose Mitleid? Ein Mitleidskommentar, ein kleines? Ja? Ja, 4000 Seelen beim Hugo. Hm. Egal. Okay. Wir haben eigentlich genug noch mit. Na komm her. So, 20 Schuss habe ich wieder. Wo habe ich denn die herbekommen? Komisch. Ich dachte, die waren leer. Alter, ich spiele mich auch zu viel mit denen. Frisst das, Alter. So. Ah ja, rauf kommen sie nicht, ne? Zu dick und so. Doch, Alter. Doch, Alter. Back. Blutviole. Blutviole. Äh, ups, das war verdrückt. Eigentlich wollte ich das hier machen. Ja. 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 Kann ich den jetzt holen? Ja. Perfekt. Perfekt. Ne? Was will man mehr? So, aber jetzt kriegt er wirklich eine vor den Latzen, ne? Muss man wirklich sagen, jetzt wird's in den Geländer, ne? So, hier runter. Ich weiß nicht, was ich... Weg damit mal. Das lasse ich noch. Wurfmesser. Okay, Öl. Kiesel. Hm. Einsicht. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ba, 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 da. Ganz allein schaff ich den hier. Ihr macht nicht lange. Ah, komm, Alter, das war nett. Fuck. Den hat er jetzt geschossen, oder was? Ich dachte eigentlich nicht, dass er den schießt. Ja, so kann man sich in Leute täuschen, ne? So kann man sich in Leute täuschen. Da oben steht da, der Saftsack. Komm runter, da. Jo, jo, lach da. Komm runter, da. Ich hab was für dich. Ich kann den nicht unterbrechen. Weg. Anscheinend geht's bei einer Kette vielleicht nicht mittendrin, wenn ich ihn unterbreche. Aber so eigentlich anscheinend schon, ne? Jetzt dürfen wir halt nur nicht abkratzen, ne? Da gehen wir langsam vorbei. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bleib da oben. So. Äh, meine Glocke ist, glaube ich, aktiv. Kann das sein? Was war das? Ja, okay. Ja, okay. So, jetzt schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwo jemand ist, der mir helfen könnte. Wäre auch schön zu sehen. Und? Niemand, ne? Ja, von Post stehen sie für normal immer, ne? Ah, ich bin, glaube ich, im... Kann das sein? Netzwerk. Lokal. Naja, ist ja klar, dass das nicht geht. Ich glaube, ich bin sogar... Im Dings bin ich. Offline. Ging ja, glaube ich, sogar am Anfang nicht zum Auswählen. Das ist scheiße jetzt. Das ist scheiße. So, jetzt gehen wir hier rein und versohlen ihm den Arsch. So sieht's aus. So. Aber vorher müssen wir unsere Seelen finden hier irgendwo. Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Hehehe. So, jetzt kommst du dran. Penner. Alter, der blutet ordentlich. Hehehe. Alter, seine Schrotflinte ist schon heftig, ne? Alter. Alter. Alter, was ist... Alter, was ist... Ne, das wohnt eben nicht. Alter, die hat ne Streu und das ist ja wirklich nicht normal. Ah! Ah, nur nicht irgendwo hängen bleiben. Nur nicht irgendwo hängen bleiben. Nur nicht irgendwo hängen bleiben. Komm, tanz mit mir. So, jetzt gehen wir hier durch mal. Hier durch. Ein bisschen mehr Abstand brauche ich. So. Komm her, komm her, komm her. Boah, fuck. Ah, scheiße hier. Komm her. Komm her. Fuck, Alter. Ja, ich frage mich, ob er mich Frontsteppen auch kann. Hehehe. Ist ja hängen geblieben. Ja, durchgetaucht. Uh. Ja. Das tat dir mehr weh als mir. Ja, komm, jetzt pack dir wieder die Schuhe, bitte raus. Na, komm, gehen wir mal kurz zur Wohnung rum. So. Alter, ich hab Zeit, ne? Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Komm her. Ah, komm. Komm, schieß. Ah, ich hab keine Munition mehr. Nein. Fuck. So. Na, komm, halt. Natürlich daneben. Ja, Gegenstände schießen ist, glaube ich, keine so gute Idee jetzt mit ihm. Na, komm her. Oh, durchgetaucht. Halt, du mit deiner Schrotflitte. Was machst du jetzt? Nee, oder? Was ist dein Ernst? Was ist dein Ernst, Alter? Du bist das Monster, nicht ich. Alter! Fuck! Fuck! So. Wieder voll. Hahaha, da räumst du. Die Grabsteine auf hier. Gut. Gut für mich. Machst du Platz hier. Haha, den hast du gemessen. Oh! So. Es wird wirklich knapp. Es wirkt wirklich knapp hier. Fuck, Alter. Jetzt bin ich hier in die... Das ist doch nicht normal, du Penner. Alter, spawnen die nach, oder was? Habt ihr Spaß daran? Alter, der hat eine Kombo, die darf wirklich nicht sitzen. Alter! Pater! Du bist ein Penner, Alter. Wirklich, ein scheiß Wolf. Äh, ja. Sorry. Muss einfach sein, ne? Ab und zu muss man einfach seine Wut etwas... Rauslassen. Ne? Etwas rauslassen. Etwas Freiheit geben. Und wieder alle... Alles verloren hier. Ah! Blöd. Aber das ist halt Bloodborne. Ne? Ich wusste, das Spiel ist schwer. Ich wusste, was ich mir da antue. Und ich weiß, was ich euch antue. Also, es tut mir wirklich leid. Wirklich. Es ist keine Absicht. So, wir gehen kurz ins Lager. Bevor wir wieder... Wie, ich hole mir alles aus der Kiste raus. Ne? Ja, Leute. Ich erspare euch das und sage... Tschüss, tschüss. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich Blood... Den einen Typen schaffe. Wenn nicht, dann... Ja. Scheiße, ne? Viel Spaß weiterhin. Ciao, ciao.